Test halten! Wir haben Truppler auf dem Dach. Uns geht langsam die Straße aus! Nicht gerade ein heimlicher Abgang, Jungs. Befehlst euch! Ich dachte, dass das Ende des Krieges bedeuten würde, dass wir auch unsere Brüder nicht mehr verlieren. Aber da lag ich falsch. Ich kann dem Ganzen nicht einfach den Rücken kehren. Nicht, wenn das Imperium hinter der kleinen Heer ist. Steckt sie in eine Zelle. Omega wartet schon viel zu lange auf uns. Unsere Mission ist noch nicht beendet. Es gibt nichts, was für die Zukunft dieses Imperiums von größerer Bedeutung wäre. Was auch immer sie zum Erreichen dieses Ziels benötigen, sie kriegen es. Sie werden euch eliminieren. Jeden Einzelnen von euch. Wie wär's mit einer echten Herausforderung? Alle meine Entdeckung! Wir waren noch nie gut darin, Befehle zu befolgen. Ich hatte bisher noch nicht vor, euch zu töten. Aber ihr führt mich echt in Versuchung. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017